Hemlock und Plastik gibt es auch natürlich, ja, und dann haben wir noch die, also wie gesagt, das Hemlockholz und das andere ist das Zedernholz. Das hat einen guten Duft, das hat ätherische Öle drinnen und das entwickelt wirklich einen ganz angenehmen Duft. Das war alles im Liegen, schau. Da zum Beispiel der Hemlockholz. Der Jakob hat sich nicht hergelegt. Das ist drinnen, so dass die Bakterien abhalten. Sonst, ja. Das muss schon so sein. Und da unten kommt auch auf. Das sind Flächenstrahler, genau. Da hat von unten, von der Seite und da, wenn einer zum Beispiel Tromfahrer hat, hat das auch weggeschalten. Ah, ich verstehe.